Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Es war einmal vor vielen Jahren, da lebte der Philosoph Immanuel Kant. Er hatte nicht nur eine absolut modische Perücke, sondern auch ein paar Gedanken zu dieser Frage. Er unterschied dabei nicht zwei, sondern drei Dinge. Meine Meinung äußere ich zum Beispiel, wenn ich sage, diese Mannschaft wird die nächste Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen. Ein anderer hat eine andere Meinung. Und wer weiß, in Wirklichkeit wird es dann vielleicht eine ganz andere Mannschaft sein. Meinungen können Gründe haben, aber als Aussagen sind sie ziemlich unsicher. Wissen ist ganz anders. Es ist nicht eine Meinung, sondern gilt als sicher. Wissen muss für andere überprüfbar sein. Wissen muss eine objektive Erkenntnis sein, wie man sagt. Was aber ist Glauben? Glaube im religiösen Sinn ist mehr als eine Meinung, denn eine Meinung ist ungewiss. Glaube hingegen drückt eine Gewissheit aus. Wenn man sagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, will man damit nicht sagen, dass man der Meinung sei es, gebe vielleicht einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Nein, wer glaubt, ist sich sicher. Er hat eine Gewissheit und er baut sein Leben auf diese Gewissheit. Das ist also der Unterschied zwischen Meinen und Glauben. Was ist nun der Unterschied zwischen Wissen und Glauben? Wissen, haben wir gesagt, ist überprüfbar. Glaube hingegen, und das ist der Unterschied, lässt sich nicht so leicht überprüfen. Warum? Zum Beispiel, weil Glaube mit Dingen zu tun hat, die die Vernunft übersteigen, so wie zum Beispiel das dreifaltige Wesen Gottes. Glaube steht dabei nicht gegen die Vernunft, sondern einfach über der Vernunft. Gut. Wir können also sagen, religiöser Glaube ist vorrangig eine Gewissheit über Dinge, die unsere Vernunft übersteigen. Jetzt kommt die Schlüsselfrage. Woher nimmt der religiöse Glaube seine Gewissheit? Warum glauben Menschen? Menschen haben unterschiedliche Gründe, warum sie an Gott glauben. Manche haben vielleicht das Wirken Gottes in ihrem Leben selbst erfahren. Sie sind sich sicher, dass sie von Gott berührt worden sind. Sie hatten eine persönliche Gotteserfahrung. Warum glauben sie? Andere erkennen in der Lehre des Glaubens die beste Antwort auf viele ganz wichtige Fragen des Lebens. Darum glauben sie. Wieder andere glauben, weil sie den Menschen vertrauen, die ihnen den Glauben überliefert haben. Und zwar nicht als bloße Theorie, sondern weil der Glaube im Leben dieser Menschen sichtbar geworden ist, weil er diese Menschen erfüllt hat. All das sind gute Gründe, um zu glauben. Woran man glauben soll, ist damit natürlich noch nicht direkt beantwortet.